Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist euer Maximus, hier begrüße euch und ja, ihr seht schon, das ist nicht mein neues Intro, das ist der Fabi von GameTailer und ich möchte ihnen quasi so ein bisschen die Chance geben, sich auf meinem Kanal hier vorzustellen. Guckt einfach mal rein auf seinen Kanal, den Link findet ihr natürlich unten und vielleicht lasst ihr ein Abo da oder auch eine Nachricht. Das war euer Maximus, ich mache einen Fisch, haut rein und hört einfach mal zu. Moin Leute, Fabi hier, heute auf dem Kanal von Chris Maximus. Erstmal ganz herzlichen Dank an dich, dass du mir die Chance gibst, mich vor diesem großen Publikum vorzustellen. Im Hintergrund seht ihr ein paar Ausschnitte von Call of Duty Ghosts, ich habe mir das Spiel bei Release gekauft, mein erstes Fazit zu dem Spiel kommt auch bald auf meinem Kanal. Für die Leute, die noch kein Ghost besitzen, habe ich mir gedacht, machst du doch einfach ein paar Ausschnitte von Ghosts rein, sodass die auch mal mehrere Maps und nicht nur eine zu sehen bekommen. Ich habe einfach ein bisschen aufgenommen, ein paar Ausschnitte aus meinen ersten paar Games und ihr werdet ja sehen, wie ich so zurechtgekommen bin. Ja, natürlich fange ich jetzt auch mal an, mich ein bisschen vorzustellen. Mein Name ist Fabi, ich bin 17 Jahre alt, mein Kanal heißt German Tailor. In der Beschreibung steht da nochmal ein Link zu meinem Kanal, da könnt ihr gerne draufklicken. Ich spiele auf der Xbox 360, habe verschiedene Projekte auf meinem Kanal am Laufen, will da allerdings noch nicht zu viel verraten. Wenn es euch interessiert, dann schaut einfach mal vorbei. Zu meiner Person, ich gehe noch zur Schule und werde voraussichtlich 2015 mein Abitur haben, wenn ich nicht jetzt komplett versau. Deshalb habe ich oft auch ziemlich viel zu tun und dann müsst ihr ein bisschen Verständnis haben, wenn dann halt nicht allzu viele Videos manchmal kommen. Wenn dann aber Videos kommen, dann stecke ich wirklich sehr viel Mühe in diese Videos. Und das heißt, wenn das Commentary mir beim ersten Aufnehmen nicht gefällt, dann nehme ich es nochmal ein zweites oder auch ein drittes Mal auf. Und wenn mir das schlussendlich auch nicht gefällt, dann lade ich es lieber gar nicht hoch, als irgendeinen Scheiß hochzuladen. Also ihr könnt euch bei meinem Kanal wirklich darauf verlassen, dass ich kein Video hochlade, nur um irgendwas hochgeladen zu haben. Außerdem erstelle ich für jedes meiner Videos ein Thumbnail, weil ich einfach finde, dass es das professioneller macht und noch mehr zeigt, wie viel Aufwand eigentlich in dem Video steckt. Und ja, ich gehe in meiner Freizeit auch ziemlich gerne ins Kino, muss ich noch sagen. Gelegentlich lade ich auch eine kleine Film-Review auf meinem Kanal hoch. Das Ganze nennt sich MovieCheck und ist auch nur eins von mehreren Projekten auf meinem Kanal. Das in Kombination mit Gaming-Videos ist aber etwas, was mich von der Masse der YouTuber abhebt. Und für euch ein Grund sein könnte, mal auf meinem Kanal vorbeizuschauen, um nochmal zu den Filmen zurückzukommen. Und zum Kino, ich stehe auf Filme wie Bourne-Triologie, Herr der Ringe, Der Hobbit. Coole Schauspieler sind für mich Matt Damon, Mark Wahlberg, Leonardo DiCaprio und Denzel Washington. Also wenn euch sowas interessiert, dann schaut einfach auf meinem Kanal vorbei. Ihr seid herzlich willkommen da vorbeizuschauen. Und ja, das war es erstmal. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ihr schaut mal auf meinem Kanal vorbei. Vielleicht verheuelt mich der eine oder andere auf meinem Channel. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.